Vor ein paar Wochen ist hier auf diesem Kanal ein Video online gegangen zu dem größten Bierproduzenten der Welt. Und in den Kommentaren haben sich einige von euch gewünscht, dass wir uns auch mal etwas genauer mit der deutschen Bierindustrie beschäftigen sollen. Deshalb schauen wir in diesem Video auf sechs Fakten zur deutschen Bierindustrie, um zu verstehen, warum Deutschland so besonders tickt, wenn es ums Thema Bier geht. Hallo und herzlich willkommen zu Warn und Sinn. Mein Name ist Johannes und hier auf dem Kanal geht es um Wirtschaft und darum, was die mit uns zu tun hat. Wenn ihr das spannend findet, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die kleine Glocke für Benachrichtigungen. Fakt Nummer eins, das Reinheitsgebot. In Deutschland wird nicht einfach so Bier gebraut, nein. Hier wird seit 500 Jahren nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Das ist zumindest die Geschichte, die ihr alle bestimmt schon mal gehört habt und die uns in der Werbung rauf und runter erzählt wird. Tatsächlich wurde im Jahr 1516 die erste Verordnung in Bayern erlassen, die genau geregelt hat, was in Bier drin sein darf. Nämlich Wasser, Hopfen und Malz und Hefe. Aber das stand nicht in der Verordnung, das war einfach stillschweigend mit gemeint, weil war halt so. Dabei ging es natürlich einerseits darum, dass eine einheitliche Bierqualität gewährleistet werden sollte. Andererseits kann aber auch eine Rolle gespielt haben, dass man andere bewusstseinsverändernde Substanzen aus dem Bier draußen halten wollte. Und dass der Export für Bier aus Norddeutschland nach Bayern erschwert werden sollte. Inzwischen wird vom Brauerbund, also der Lobbyorganisation der Brauereien, gerne so getan, als ob dieses Gesetz seitdem 500 Jahre straight durchgängig gegolten hätte. Aber das stimmt so nicht. Vielmehr gab es im Laufe der Zeit immer wieder neue Verordnungen und Bestimmungen, die geregelt haben, was in Bier drin zu sein hat und was eben nicht. Erst in den 60er Jahren wurde dann aus diesem bayerischen Reinheitsgebot ein deutsches Reinheitsgebot. Und zwar, um sich damit vor der europäischen Konkurrenz zu schützen. Und inzwischen regelt in Deutschland sogar eine eigene gesetzliche Verordnung, was als Bier bezeichnet werden darf und was nicht. Und ich finde, damit kann man sagen, dass Deutschland wirklich ein sehr besonderes Land ist. Zweitens Konsum. Wie gerne in Deutschland Bier getrunken wird, das zeigt schon einen Blick auf die Zahlen. Im Jahr 2020 zum Beispiel wurde pro Kopf durchschnittlich knapp 95 Liter Bier konsumiert. Das wird noch erstaunlicher, wenn man sich klar macht, dass da ja auch all die Menschen drin sind, die überhaupt kein Bier trinken dürfen. Schwangere oder Menschen unter 16, die das bestimmt auch nie machen würden. Damit liegen wir in Europa auf einem soliden Platz 3 direkt nach Österreich und Tschechien. Wobei die Frage erlaubt sein darf, ob man darauf jetzt besonders stolz sein muss. In jedem Fall ist der Bierdurst in Deutschland aber rückläufig. In den 70er, 80er und auch noch 90er Jahren lagen die Durchschnittswerte pro Kopf pro Jahr bei über 140 Litern. Das heißt, jeder Mensch hat rechnerisch pro Tag ein gut gefülltes 0,3er getrunken. 3. Braustätten Während die Menschen immer weniger Bier trinken, steigt die Anzahl der Braustätten, also der Orte, an denen Bier gebraut wird, immer weiter an. Zahlen vom Brauerbund zeigen, dass die Anzahl der Braustätten im Jahr 1995 noch bei 1300 lag, was jetzt auch nicht gerade wenig ist. Inzwischen liegt sie aber bei über 1500. Das liegt unter anderem daran, dass in den letzten Jahren immer mehr kleine, unabhängige Brauereien gegründet wurden. Sogenannte Mikrobrauereien. Diese Mikrobrauereien setzen sich häufig ganz bewusst von den großen Konzernen ab und experimentieren mit neuen Geschmacksrichtungen. Oft auch gar nicht unter dem Label Deutsches Reinheitsgebot. Das darf man nämlich auch. Diese ziemlich hohe Anzahl von Brauereien ist vermutlich auch einer der Gründe dafür, dass die Wachstumsstrategie von AB InBev, über die ich ja hier schon mal ein ganzes Video gemacht habe, nicht ewig gut gegangen ist. Denn in Deutschland ist das Bier eben nicht einfach nur ein Getränk oder ein Betäubungsmittel, sondern für viele Menschen auch sowas wie regionale Identität. Trotzdem wird der Großteil von dem Bier, was hierzulande getrunken wird, von einigen wenigen Konzernen hergestellt, die meistens aber verschiedene Braustätten betreiben. Der größte Brauereikonzern der Welt, AB InBev, ist aber hier in Deutschland nur die Nummer zwei. Denn in Deutschland ist die Radeberger Gruppe unangefochten auf Platz eins. Zu diesem Unternehmen gehört nicht nur das namensgebende Radeberger Pilsner, sondern auch noch Berliner Kindl, Berliner Pilsner, Schuldheiß, Brinkhoffs, Klausthaler, Schöfferhofer und viele, viele andere. An dritter Stelle in diesem Bierranking ist aktuell die Bitburger Gruppe, zu denen neben Bitburger auch noch Köstritzer, Licher, Wernisgrüner und eine Menge anderer Marken gehört. Aber diese drei großen Konzerne haben eine Sache gemeinsam. Der Bierabsatz, also die Menge an verkauften Bier, geht von Jahr zu Jahr immer weiter zurück. Tatsächlich denkt AB InBev deshalb auch schon öffentlich darüber nach, die Deutschlandsparte abzustoßen. Fünftens Staatsbrauereien. Eine andere Besonderheit auf dem deutschen Biermarkt sind aber die Staatsbrauereien. Ja, das sind tatsächlich Brauereien, die dem Staat gehören und zwar komplett. Also irgendwie auch uns allen. Denn obwohl an verschiedenen Stellen im politischen Betrieb immer wieder behauptet wird, dass der Staat grundsätzlich ein schlechter Unternehmer ist, wird gerade im Biersektor regelmäßig bewiesen, dass das gar nicht stimmen muss. Die badische Staatsbrauerei Rothaus AG gehört zum Beispiel komplett dem Land Baden-Württemberg und untersteht da dem Finanzministerium. Begründet wird diese Besonderheit damit, dass das Unternehmen Rothaus in einer strukturschwachen Region Arbeitsplätze sichert, gerade weil es nicht gewinnmaximiert arbeiten muss. Die anderen beiden Staatsbrauereien, nämlich Weinsteffern und Hofbräu München, gehören, wer hätte es gedacht, natürlich Bayern. Die Brauerei Weinsteffern ist dabei offiziell Teil der Technischen Universität München, damit die Studis auch mal ihr in der Theorie erlerntes Wissen in der Praxis anwenden können. Deshalb ist für dieses Unternehmen auch das Bayerische Wissenschaftsministerium zuständig. Beim Hofbräu Haus wiederum ist das Bayerische Finanzministerium zuständig, was unter anderem für so Entscheidungen gesorgt hat, wie das in staatlichen Einrichtungen dieses Bier verkauft wird. Und deswegen fließt das Geld, was dieses Unternehmen erwirtschaftet, tatsächlich auch in den entsprechenden Haushalt. Besonders erstaunlich finde ich aber an der ganzen Geschichte, dass diese Unternehmen wirtschaftlich total gut dastehen und ihren Gewinn teilweise in den letzten Jahren sogar steigern konnten. Fakt Nummer 6. Bio-Bier. Der Anteil der Bio-Lebensmittel in Deutschland beträgt generell im Durchschnitt um die 5%. Tendenz glücklicherweise steigend. Aber wie gesagt, im Durchschnitt beim Bier sieht die ganze Sache nämlich ein bisschen anders aus. Tatsächlich liegt der Anteil von ökologisch hergestelltem Bier nämlich bei unter einem Prozent. Auf den ersten Blick ist das ziemlich verwunderlich. Denn bei einer Umfrage, die repräsentativ durchgeführt wurde und bei der gefragt wurde, welche Eigenschaften bei Bier besonders wichtig sind, war die Natürlichkeit direkt auf Platz 3 nach Geschmack und Aroma. Das heißt, Natürlichkeit ist den Menschen wichtig, aber sie kaufen kein Bio-Bier. Das passt ja irgendwie nicht so richtig zusammen. An der Stelle merkt man, dass das Marketing-Label Reinheitsgebot ganz besonders gut gezündet hat. Denn bei vielen Menschen geht im Kopf anscheinend sowas ab wie, Reinheitsgebot ist gleich natürlich. Dabei ist ja in der Theorie total möglich, dass die Inhaltsstoffe von einem herkömmlichen Bier, was nach Reinheitsgebot gebraut wird, trotzdem mit Glyphosat gespritzt werden. Dazu sagt das Reinheitsgebot nämlich nichts. Allerdings lässt sich auch hier sowas wie ein Umdenken erkennen. Der Bio-Bier-Marktführer Neumärkter Lamsbräu zum Beispiel kann jedes Jahr steigende Verkaufszahlen vermelden, obwohl ja die Branche insgesamt jedes Jahr schrumpft. Das alles zeigt, der deutsche Biermarkt ist ein ganz besonderer Markt. Mit einer langen Tradition, mit kulturellen Eigenheiten und ja, auch mit dem deutschen Reinheitsgebot. Und inzwischen gibt es sogar eine Initiative, die aus dem deutschen Bier immaterielles Weltkulturerbe bei der UNESCO machen möchte. Das Erstaunliche ist, dass durch diese Besonderheit gegen den allgemeinen Markttrend ganz bestimmte Brauereien trotzdem profitieren. Und das sind die Bio-Brauereien, die Mikro-Brauereien und auch die staatlichen Brauereien. Ganz ehrlich, das hat mich bei der Recherche zu diesem Video tatsächlich positiv überrascht. Und es gibt es auch oft genug andersrum. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr das unter das letzte Video geschrieben habt. Es zeigt irgendwie, dass es sich lohnt, genauer hinzugucken, warum irgendwas anders ist, als man so erwartet. Und es zeigt auch, dass sich Wachstum um jeden Preis eben nicht unbedingt für immer lohnen muss. Und das macht doch Mut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht schreibt ihr mir mal unten in die Kommentare zu diesem Video, ob ihr irgendetwas Neues gelernt habt und womit ihr jetzt mit dem Unnützwissen auf Partys angeben könnt, wenn es irgendwann wieder Partys gibt. Ich komme vom Thema ab. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Passt auf, bis zum nächsten Mal.